Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute geht's ran, dass wir das Auto von den Super Mario Bros. bauen, von Luigi und Mario. Ganz gleich hier vom Film. Vielleicht hast du ihn jetzt schon mal gesehen. In unserer Stadt fehlen uns ein paar Klempner und ich glaube, die sind genau die richtigen für unsere Stadt. Von daher bauen wir heute ihr Auto und wie das geht, zeige ich dir. So, für den Start bauen wir erstmal das Untergestell. Dafür machen wir uns das Ganze hier auf eine Dreierbreite und Siebenerlänge. Gucken wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Wir platzieren mal einmal vorne ein paar Räder und das Gleiche nochmal auf der Rückseite. Wir lassen dazwischen einfach drei Blöcke Platz. So, dann wollen wir mal auf den Seiten schon mal unsere Betonblöcke platzieren. Wir werden mal vorne zwei Blöcke einfach mal Platz lassen. Hinten machen wir das mal einfach auf drei. Die Mitte oben könnt ihr einmal zumachen. Ganz vorne platzieren wir noch einen Motor rein. Danach nehmen wir noch ein bisschen schwarzen Beton, verkleiden das einmal innen drin. Hinten können wir schon mal eine Tür reinsetzen. Und auf der Vorderseite platzieren wir unser Glas. An den Seiten Glasblöcke und ganz vorne einfach Glasscheiben. So, auf unseren Glasblöcken darüber können wir nochmal eine Blockreihe setzen. Davor ziehen wir nochmal ein paar Stufen lang. Danach setzen wir über unseren Rädern nochmal ein paar Treppen hin. Danach bemalen wir auch gleich mal unseren Truck. Und zwar bei Mario befindet sich genau hier so in der Mitte. Einmal etwas für Luigi. Dann nehmen wir ein bisschen grüne Keramik und gelbe Keramik. Am besten natürlich bemalte. Und auf der anderen Seite machen wir Mario hin. Dann nehmen wir einfach dann etwas Rotes. So, dann nehmen wir uns auch noch gleich ein paar Schilder zur Hand. Und platzieren die nochmal an der Seite unseres Trucks. Auf der Rückseite können wir nochmal einen Auspuff uns platzieren. Und nehmen noch ein paar Knöpfe für die Rückleuchten. Auf der Vorderseite machen wir unsere Scheinwerfer hin. Ein paar Gegenstandsrahmen, Glas rein. Zu guter Letzt platzieren wir oben noch unsere Materialien. Das heißt wir nehmen noch ein bisschen, ja ein paar Rohre, Stangen und sowas. Das stellen wir uns hier mal mit ein paar Treppen und ein paar Stufen dar. Da können wir auch ruhig noch ein bisschen Teppich mal hier raufsetzen. Und auf der anderen Seite machen wir wirklich so ein paar Rohre hin. Da nehmen wir ein bisschen Bambus. So, hier einmal schön drauf platziert. Wollen wir natürlich nochmal befestigen. Das heißt Leitern an die Seite einmal ranschnallen. Und oben setzt ihr nochmal ein paar Schienen ran. Zu guter Letzt könnt ihr nochmal an den Rädern ein paar Knöpfe platzieren, um unsere Felgen besser darzustellen. So einfach kann man Super Mario Bros. das Auto bauen. Jetzt haben wir unsere eigene Klempner Firma hier in der Stadt. Die sind natürlich immer mobil mit ihrem Auto unterwegs. Ja und wo sie ihr nächstes Abenteuer erleben werden, da sind wir einfach mal gespannt. Das war es dann wieder heute für diese Folge. Super Mario Bros. haben jetzt ihr Auto, sie fahren hier umher. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Oder abonniere einfach den Kanal und bleibst du auf den laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.